Hier sehen wir das Festival auf dem Bild. Überall gibt es schöne Sitzecken, wo man sich hinsetzen kann. Hier draußen geht dann gleich der Park los. Ein Blick auf die Oper. Super schön eingerichtet. Hier gibt es verschiedene Kulturen. Ohne Leuchte. Ganz, ganz gut gemacht. Hier gibt es auch noch einen Garten, einen Binnenhof. Hier herrschen sie jetzt hinzu.